Es ist das passende Kraut, wie das passende Kraut, es gibt mehreren. 20.32 Uhr, erste Kabine. Nur fast zwei Stunden später. Was? Woher? Ja, wo sind wir jetzt gelandet? Das ist eine passende Frage. Jill? Parker! Wo bist du? Ich weiß nicht, ein Raum, ich denke. Somewhere auf dem Schiff. Verdammt, der Bastert hat alle meine Wäsche. Kannst du HQ erreichen? Nein, komm, so wie es scheint. Wir sollten uns regroupen. Lass den Namen kommen. Ja, wir wurden jetzt irgendwo hin verschleppt. Wo bin ich bloß? Er läuft noch. Verschlossen, wie die sich wohl öffnen lässt. Was ist das? Er scheint fest verschraubt zu sein. Oh. Er scheint kurz die Kommode weg. Warte. Er scheint schon länger kaputt zu sein. Oh, mit schmutzigem Wasser. Aber vielleicht ist noch etwas drin. Deja vu, Jill. Los ging er schnell. Er rost. Wollte ich sie echt nix tun? Ja, ich weiß schon. Oh. Ich darf einen Schraubel ziehen. Wo bin ich bloß? Ja. Also das ist bestimmt nicht zufällig hier. Schraubenzieher auf einmal. Okay, ich habe getrocknetes Blut drauf. Gross. Egal, Schraubenzieher. Ausweichen. Wenn Sie den linken Steak nach oben oder links nach unten plus A zum wichtigen Zeitpunkt drücken, können Sie dem Angriff eines Feindes ausweichen. Genau, das habe ich vorhin als Bezufüge gemacht. Das habe ich jetzt voll von Ihnen zu stehen. Also komm, ich gebe mir jetzt jetzt. Also komm, ich gebe mir jetzt jetzt. Graf mal, graf mal. Oh ja. Okay. So. So, jetzt muss man die passend rumziehen, damit das Signal überall durchkommt. So. Aufwärts. So. 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 Das ist Mr. Super Kick. Ja, no shit Parker. Mitaka turn. Nicht besonders lecker. What the fuck do you? Was war das? Oh my god, oh my god, oh my god. Da war nix. Verdammt, wir müssen den Klo besuchen gehen. Es ist eigentlich auffällig, dass ich in einem Herrenhaus einer auf dem Schiff. Fuck, wo ist der? Okay, das war duver. Erzähl mir noch eine Karte lesen. Erzähl mir noch. Fuck ich hätte nach links gehen sollen. Jetzt habe ich ein fettes Problem. Äh, insert. Weg da, weg da! Links rein, links rein. Oh, wir fehlen. Das muss wohl gleich wahr, dass Parker's Raum. Eine Schaufende könnte nützlich sein. Hier kann man etwas einsetzen. Oh, dies. Fuck. Okay, gut. Warte mal, ist irgendein vorbei. Nein, nicht mehr achten, nicht mehr achten. Oh, das muss doch kein Wunsch sein. Von dem Board. Ich ba mal die Parken da gelandet. Er hat mich noch nicht bemerkt. Wenn ich nur vorsichtig herumwandte, wenn ich auf die Scherben drehe. Er merkte mich vielleicht nicht. Er hat mich bemerkt. Oh! Okay. Wow. Die! Das sieht aus wie eine Haupthalle. Ja, ist aber nicht. Und noch eine Tür mit einem Anker. Ah, das Esszimmer. Oder der Essaal. Der Speisesal. Mal schauen, die Tür ist zu. Kein Zweifel. Dann hier. Harcourt. Jill, bist du okay? Ja. Ich bin gut, aber das Schiff ist mit BOW. Okay. Wir brauchen unsere Weapons. Ich denke, dass ich sie auf meinem Weg hier gesehen habe. Aber ich konnte sie nicht erreichen. Wir sollten uns gut sein, als wir zusammenarbeiten. Genau. Das ist ein Team. Ich werde dir die Schiff aus. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich werde hier in die Hand. Ich werde das nicht mehr auf. Ja, das ist es ein Witzvon ist. ist das hier ist das hier kalt da wird keine mehr da wird keine mehr zurück ist das hier Okay. Du kannst auch einen Parkour. Na, goddamnit. Oh, das war so ein Hügel. Okay. Glück, es war nichts. So, Spezialtubeer. Customization Gear Kit. Wie der Name schon sagt. Customized, damit kann ich die Waffen upgraden. Oh je, hab ich immer dasselbe Tritt. Tatsächlich, hier sind sie. Die Abhandlung wurde geborgen. So, das ist eine Kiste. So, hier können sie Waffen ausrüsten oder wechseln sie. Sie können sie außerdem mit Zube ausrüsten, sofern sie welches haben. Jede Waffe, das sie aufnehmen, wird automatisch hier abgeliebt. Wechseln sie mit einzelnen Bildschirmen, um Spezialzube zu wechseln ausrüsten. Wir behalten schaden zu sein. So, das ist das Klock. Jills Samurai Edge. Und Parker's Government. Aha, da war doch das Jills Samurai. So, das ist die normale M9. Aber wir nehmen mal Jills Samurai Edge Waffe. So, wechseln sie ab. Aha, nee. So, die beiden Waffen legen wir ab. So, und die legen wir auch ab. So, und nehmen Jills Samurai Edge damit. Wenn wir X rücken, haben wir jetzt hier Slots. Das sind die Slots, die die Waffen verfügbar haben. Jetzt habe ich halt eben vorhin so ein Spezialzube gefunden. Jetzt kann ich das Schaden plus eins. Jetzt kann ich jetzt dieser Pistole geben. Und da kann ich sehen, Schaden erhöht sich um 3%. So. Aber falls ich noch mehr finde, habe ich noch 3 Slots, um sie aufzurüsten. Verschiedene Waffen haben verschieden viele Slots. Ja. Ja. Dann hat er gebraucht. Mehr gibt es an sich gar nichts zu sagen. Ähm, ja. Da. Jetzt haben wir Jills Samurai Edge. Gut, Parker da ist seine Waffen. We got our equipment. Now what? Now we contact HQ and tell them what the hell is going on. We should be able to do that from the bridge. Let's go. Ah. Aka? This is the room I was stuck in. By the way, what's the deal with that guy in the gas machine? It's his game. Okay, I didn't know, I'll be able to get here, but we have to get the finally pad. I am going to go to the magazine. Ok, I'm going to go there. I will go. I will go there. Ok I will go. Oh, wie hast du das aufgemacht, wenn das nicht richtig anwirft? Okay, zur Brücke, sagt er. Shit. Was, wir müssen jetzt durch den ganzen Ramp zurück und alles treten. Okay, eine Bombe, also eine fahle Ostraschis. Was ist denn? Jetzt bin ich froh, dass ich mir die machen kann. Ach, ich muss da, ich muss da, ich muss da, ich muss da. und jetzt ja hier je mehr gleichheit die gegner desto weniger jetzt entgeben sie das ist dumme aber seien sich auch nur für die tür die tür oh die talz übergefangen sehr gut egal ja ja genau ja das ist so blöd dass ich nicht mehr tragen kann aber ich find's ja ja das ist natürlich gut ja 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 oh ja 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 Scheiße, ich bin da verheißen, man. Fuck, fuck. Er ist sehr gefährlich. Binge geht mir. Nooo! Scheiße, Scheiße, Scheiße. Warte, ich habe nichts mehr. Komm schon, Parker. Boah, der letzte Schuss ist krass. Fucker! Tu was, tu was. Ich dachte, ich muss einscannen. Das ist viel zu. Oh Gott, Parker, danke. Mist. Ja, jetzt da kann man sehen. Ja, doch ziemlich viel Munition. Oh nein. Shit, was tue ich denn jetzt? Fuck. Da ist auch noch einer. Das werde ich die beiden dann doch mitnehmen. Ja, Problem. Okay. Das ist Munition. Nein, warte, da war doch noch welche. Irgendwo war noch welche. Irgendwo. Okay. 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 Okay, Parker. Wir müssen nehmen, was wir kriegen können. Oh dumm ist, ich habe keine Heilkräuter mehr. Ja. Das war noch welche. Warte, das war noch. Oh ja. Okay. Ich mache das auch mit. Ich habe das noch mal. Ich habe das auch mit den Ratsch. Ich habe das. Ich habe das auch mit. Making the Was ist das? Ich habe das zuvor. Echt? Ja. Sie fugen sie. Und hier. Die Kabine. Ha. Wir gucken mal diese Story. Ich weiß nicht, dass ich sie noch mal da runter. Ich weiß nicht, dass ich sie noch mal da runter. A, also wie auf dem 3DS lagts bei dir, da oder bin ich schon im Wieser. Da ist also die weg. Da, da, guter Weg. Da ist schon jemand. Ich bin ja mit dem Tuch gekommen. 1,2,3,4 Ach ja, hat uns das schon bemerkt, aber es gibt keinen klassischen Gesundheitsbalken mehr oder so. Deswegen wird der Screen so blutig. Spätestens wenn sich die Figur an dem Bauch fest, dann weiß man nicht. Resident Evil. Shit gets real. Okay, die Brücke. Der Hell ist gut, der ist komplett zerstört. We can't change our course. We're completely adrift. This is recent. The perpetrator can't be far. Ziena. Don't tell me that was the tugboat. Shit, we'll be stuck here. Please, drop the weapon. Drop yours, Parker. Who the hell are you? Boah, was für ein Cliffhanger für das Epi-Episode. Der zweidoppeltes Mysterium Ende. Tja, wer war mal dieser mysteriöse Mann? Was für ein A? Der ist noch jemand auf dem Schiff. und da anscheinend unser Schlepper niedergewehrt, also in die Luft gejagt. Also können wir nicht entkommen. Das ist gar nicht gut. Aber mehr dazu in der nächsten Episode.